Auf Wiedersehen! Hättest du Spaß einfach mal abgespielt, ey. Alles im Maul, Alter! Alles im Maul, Alter! Hast du heut mal wieder früher Schluss gemacht, hm? Fick dich, du Depp! Depp, 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 De-de-de-de-deb! De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Mang sich wieder was anders wie ekelhaft. Andre, willkommen. Du spielst nur Scheißdreck. Du spielst nur Scheiße und ständig fliegst du vom Platz. Haben sie dir irgendwie ins Hirn geschissen? Soll ich mich das aufmuntern oder was? Das soll dich aufwecken. Regt dir das hier alles nochmal gut ein, ja? Ich habe einen schlechten Lauf gerade. Ach! Wie geht's deiner Freundin? Oder was, deine Frau? Wie es hier geht? Gut. Was? Gut. So etwas wie dich kann der Verein nicht brauchen. Ich habe euch ja einen Vertrag. Ja, das kann man ändern. Alter, was willst du? Dass du keine Scheiß-Schwurzel bist! Komm! Deshalb bist du hier, ja? Um scheiß Tore zu schießen und nicht um in meiner Mannschaft rumzuschwulen. Das ist nicht deine Mannschaft, das ist meine. Ach, ist das so, ja? Leg den Ball auf den Punkt. Wenn du triffst, dann vergesse ich, was ich gestern Abend gesehen habe. Schieß doch, du Tocke. Triffst du dich eigentlich noch mit Christian? Grüß ihn lieb von mir. Grüß ihn lieb von mir. Grüß ihn lieb von mir.